Moin Moin! In diesem Video werde ich euch einen Überblick über die neuesten Entwicklungen an den Aktienmärkten der vergangenen Woche geben und zusätzlich drei Aktientipps von verschiedenen Experten vorstellen. Die Finanzmärkte haben in der letzten Woche eine Talfahrt erlebt und viele Investoren fragen sich, wie sie sicher durch diesen Börsencrash kommen können. Die erste Empfehlung, die ich für euch habe, ist, in Qualität zu investieren. Experten betonen die Bedeutung von Qualitätsaktien, die Preissetzungsmacht haben, um Inflationseffekte zu bewältigen. Solche Aktien können auch langfristig eine gute Basis für ein erfolgreiches Aktiendepot sein. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, nur Geld in Aktien zu investieren, das ihr in den nächsten Jahren definitiv nicht benötigt. Ein Börsencrash kann lange dauern und ihr möchtet nicht gezwungen sein, eure Aktien zu verkaufen, bevor sich der Markt erholt. Jetzt zu den drei Aktientipps aus der letzten Woche von der Vivo-Finanzredaktion. Erstens haben sie Aurobis WKN 676.650 empfohlen, da das Unternehmen expandiert und viel Potenzial hat. Knorr-Bremse WKN KBX 100 wurde ebenfalls als vielversprechend eingestuft, da es auf Erholungskurs ist und positive Entwicklungen zeigt. Kawasaki Heavy WKN 858.920 wurde von den Experten ebenfalls empfohlen, da das Unternehmen wieder durchstartet und neue Einstiegschancen bietet. Zusätzlich empfehlen die Experten von Aktienwelt 360 die Aktie von Osisco Mining als Wette auf den Goldpreis und Philips als vielversprechende Wette im Bereich der Medizintechnik. Diese Tipps könnten euch bei eurer Investmententscheidung unterstützen. Sind allerdings keine Empfehlung zu Kauf. Denkt daran, immer gründliche Recherchen durchzuführen, bevor ihr in Aktien investiert. Teilt dieses Video gerne mit euren Freunden und hinterlasst uns ein Like, wenn euch die Informationen geholfen haben. Abonniert unseren Kanal, um weitere Aktienanalysen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!